Hallo Leute, was geht? Ich bin Zeuer, der Lietergamer1337. Ja, jetzt wieder in Minecraft. Ja, diesmal habe ich jetzt wieder komplett Bock. Ja, okay. So, das ist alles gut, okay. Ja, das ist alles gut, okay. Ja, das ist alles gut, aber das ist alles gut. Auf jeden Fall war die Herzschwelle. Das ist alles gut. Bestes Schalter hier. Ich muss den zur Zeit noch offen lassen, bis ich nicht den Tür hier einversteck, was nur das so einbauen kann. Das wäre dann... Oder ich baue, falls ich genug dafür habe. Aber I... Oh, jetzt don't try. Okay. Da ist wohl schon, jetzt kann ich das nicht machen. Ja, jetzt kann ich das mal machen. Ich kann das nicht belegen. Ja, du hast es auch nicht, da finde ich auch ein bisschen. Oh, das ist auch nicht. Ist das nicht gut? Ja ich kann es nicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, also wenn jemand noch mal da runterkommt, ist das hier hin? Das solltet noch hier ein No-Time-Galby Das hier wird jetzt ein No-Time-Galby Und dann oben Das solltet noch hier ein No-Time-Galby Geht nicht hin? Okay, jetzt hier Es kann helfen In diesem Halt Untertitelung. BR 2018 Das ist der Grund, der wir in diesem Dojo haben. Tendencies, I offer no transparency Some people think I'm lost, others think I'll be a legend I'm never gonna stop till I'm one above second And my thoughts at the top of my mind Say, brother, don't let your dreams stop Cause screaming is a blessing Yeah, they tell me you're the same So me, I won't make a name But it's not about the fame It's about keeping me sane So I stay within my lane So I plug up through my veins Feel a gentle in no pain Welcome all to my domain Break, break Break it all down for you Yeah Okay, save that. Drap on so How you worry about your pain So let me break Break, 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 break You're still laughing So let me break, break Break it all down for you I ain't nothing giving up Take, take, keep it, make me Ja, das hier kann man so etwas bauen, aber ich weiß nicht, dass es einfach so ist. okay gut, dann wird echt nachgesagt, warte mal auf die Bau der Burg. Ich brauche noch mit mir Stein. 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 Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Oh, das ist schön. So? Ich bin dran. Oh, das ist ein blumen. Ich bin dran schon. So, das ist gut in der Welt. So, das ist gut. Oh, nice! Der Selbst ist gut. Das kann hier hin. Der Selbst ist gut. Der andere Zeit. Jetzt kommt der Zeit nach vorne. So, nach Bauer. Bis zum nächsten Mal. 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 dis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. wir nicht Eichnoth das brauchen wir nicht, das, das, das das, das Spitzhacken brauchen wir eigentlich nur einer so, so, so Bildlichter brauchen wir auch nicht wir haben alles einlagert die sollen wir nur das taus was wir wirklich brauchen so der Diorit Granit das brauchen wir und das hier sonst noch etwas ja, der Doppel gut die Kohle hier, kommt hier nach unten den Steinbrauch der hier drin war so 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 okay okay da die Kohle hier so äh hallo wieso funktioniert das nicht funktioniert das nur bei einer und oder okay so oh, diesen Stein hier braucht wir auch noch habe ich eigentlich das Rezept für die Steinsäge schon mal schauen die die Steinsäge sie ist eigentlich ein Werkzeug da man hier keine Kategorien der ah, da haben wir ok ok gut ok wir müssen hier einfach irgendwie irgendwie so, drei Steine abfangen und von hier brauchen wir ein Metall gut gut dann müssen wir das genau so hier und das hier kommt hier gut die Steinsäge so dann baue ich die Steinsäge mal auf mal schauen da den Stein brauchen wir dann kommt der Stein hier rein und daraus kann man die Slabs machen und die Slabs braucht man für den der Registungsstandard gut gut so dann halt nachher haben wir das Rezept für den Registungsstandard nicht zu mir selbst sieht wie viel kostet denn ein hier schmelz auf oh der ist ja billig den können wir bauen ich werde sogar noch helfen so oh wir brauchen ja noch einen Ofen für die Mitte ja das habe ich ganz vergessen gut das heißt das bauen wir den noch nicht gut ok da ist es fertig gut das heißt die Kohle von hier kann hier runter und ich nehme mit wenn ich einen solchen Stein hier zersehe kriege ich dann zwei Slabs ja man kriegt dafür zwei Slabs gut dann zersehe ich den alle und die Musik hat dann geouten ja ich ja 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 Das war eine der Sachen, die wir hatten. Ok. Ja. I'm feeling lost, not found. I fell in love with sounds. And now I don't really think that counts. Ich habe jetzt einen Bauch, ich brauche mich jetzt ab, unter dem Kissen. Ich habe jetzt einen Lache, ich habe jetzt einen Lachen. Ich hab jetzt einen Lachen, ich habe jetzt einen Lachen. Ich habe jetzt einen Lachen, ich habe jetzt einen Lachen. Ich kann mich jetzt einen Lachen. Ich habe jetzt niemals eine Chance, zu erklären, wie nichts immer noch etwas das Gleiche fühlt. Now, I wish that I could just forget your name, now. Ja, das war der letzte Buch. Aus diesen glatten Steinstufen. All you owe me is a shame. If I stay will you stay, if I go will you go? If I pay will you play, do you know what I know? Do you love, do you hate? Do you care what I say? Is it all just the same, always make these mistakes. Do you wanna pay me? All I wanna do is please wanna Spreit like a disease, ooh, crazy, tasty, baby I just wanna feel you breathe, I just wanna feel you need, yeah Oh yeah, I woke up on my mattress next to a savage Oh yeah, I woke up on my mattress next to a savage If you wanna stay, baby girl, don't go, oh But the other way, nobody will know, oh If it's all the same, call my place your home, oh I don't wanna chase, but don't want you to go, oh All I want is you, all you need is me, I know what to do, ooh Only I can see, yeah, know I love the view, ooh Climb under the sheets, do just what you do, ooh Put me back to sleep, yeah, yeah Oh yeah, I woke up on my mattress next to a savage Oh yeah, I woke up on my mattress next to a savage Put her on a mattress, baby she's a savage, but she lets me have it Oh, we getting at it, want a couple glasses, you could be my captive, baby be proactive And she's looking so attractive, dressed with the badger whoa Jets there with Santacia, I was dancing the first państwa there, asked, lithium, 303, left me, the cast and water, shelter Oh yeah, I woke up on my mattress next to a savage I killed her, I'm so like, I should have someone at this Also, hallo die Lauf. Das ist ein Zeug, der Kiefer ist. Also, das ist ein Zeug. Wir können die Lauf. Ja, das ist das, was ich wirklich. Das ist das, was ich eigentlich. Dann wird das Lauf. Da war die Lauf. Dann wurde das Lauf. Ja, das ist das. Ja, das ist das, was ich. So. Okay. Wobei, nein, ich zeig's euch. Das hier unten ist ein cooler Redstone-Schalto. Hier, der Schalter da war auf dem Block platziert. Das hier steht. Jetzt ist er noch,武los có viel zu tun, warum baja-Berg ist. Ich wäre eigentlich's die Sch peacocker, der ihr hier oben llevt. Ich bin hier ... Das war's für die Schauspieler, das war's für heute. Das ist so cool. Oh, will you fucking fight back? So... Ja, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore All these fuckin' thoughts, they are not what I need anymore I'm about to shut the motherfuckin' door on all you poor ass haters with your heads in the clouds Fuckin' out, laugh so proud, you better shut your goddamn mouth Before I do and want to speak out, it's about to get out You're never gonna make it There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it But you're never gonna make it But you're never gonna make it You're never gonna make it But you're never gonna make it Anyway right here And now I know Yeah das ist der grümmende Verschall Ok, gut. Jetzt kommt die nächste Folge. Ich werde das Mikatische Zeit abbauen. Und ja. Okay, die Sonne geht unter. Okay. Wir haben keine Schauf. Wenn der Schauf würde, der Schinauher gehen. Warte kurz, dann bauen wir hier eine Slab hin. Oder? Ist das die richtige Ort? Ja, gut. Wir sind uns gleich. So, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, toll. Aber zum Beispiel die Blöcke. Das ist das gut. Und diese Minecraft-Werion. Okay, wisst ihr was? Wir machen es so. Wir müssen einfach extrem schnell im Bauen sein. Und alles geht auch mit einem Facken. Gut. Wir machen es so. Um wir sind nicht so. Wir machen es so. funktioniert da ist es ist der Idee und der Anzett zu kommen das Erkrankte Zeit für die Klaas so und wo verbracht man was für Fenster und wo verbracht man als Fenster zum rausschauen so, gut ich weiß jetzt nicht wie lange diese Folge geht aber ich würde an diesem Punkt sagen weil Leute das war es jetzt mit dieser Folge und bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge Bis zum nächsten Mal.